Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge Vero 8 mit dem Lemon Crab und wir drohen. Ja, leider waren wir semi erfolgreich eben und müssen weiter suchen und hoffen, dass endlich eine Glückssträhne auf uns wartet. Ich habe mir jetzt eben auch noch mal die Koordinaten rausgeschrieben von dem Spritman-Hingang von uns und dann gehe ich dann jetzt gerade mal hin. Ja, ich war auf der ganz anderen Seite von der Schlucht gewesen. Ja, ich habe es gefunden. So, dann komme ich jetzt durch den Gang zu dir. Ich gucke mal ganz schnell, ob hier beim Lauer irgendwas ist. Naja, war mal, bist du dann geradeaus bei dieser Abgablung? Ja, ich bin immer weiter westend. Ne, ich glaube, hier ist die Schlucht wieder, oder? Hä, aber hier endet es dann irgendwo. Dann bist du halt, bist du dann nach rechts. Äh, nee. Äh, äh, kann sein. Ja, hier ist halt, endet das und dann geht es links weiter. Äh, ich weiß nicht mehr. Der Besten? Ah, hier ist es nochmal. Ne, was in deinen aktuellen Chords einfach? Ja, ich bin hier oben. Hast du gegessen? Alter Junge. Ja, ich bin hier über dir. Ja, ich bin hier über dir. Ich bin über dir. Ja, okay. Ist ja auch gelungen, aber ich gucke mal schnell. Das Ding ist auch, ich habe kein gebratenes Essen mehr. Du weißt, das ist halt voll immer aus dem Oben. Und ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Sagen nicht, dass du eine Le設? Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Und mir gibt es das? Ich bin hier drin. So, wo bist du da aus? Ja komm, ich stelle hier nochmal Öfen drauf und brauche mich mal essen. Wieso benutzt du die Diapicke nicht, die kann auch noch nicht kaputt sein, oder? Ah ja, ich stelle am besten nochmal den Enchater auf, ich brauche gleich eine neue Spitze. Ja, ich auch. Ich höre halt auch wieder Wasser, ich habe die Frage ob das zu geben ist. Ja, ich glaube das ist von dem, das ist nicht geil da hinten. Oh mein Gott. Warte, ne ich höre links was, ich glaube das könnte was neues sein. Das ist doch geil. Ich habe jetzt auch schon einfach einen Bogen. Oh,верne. Oh. Oh, das ist jetzt los. Oh. Oh, das ist ja. kann doch echt nicht sein dass wir nichts finden ganz ehrlich wieder durch ja gerade eben war eins auf dem hohen glaube ich die aus viel zu viele sieht gut aus immerhin 5 naja geht das ist zumindest mal eine postplatsche aber ja man hat eine schöne achterquelle auf bestimmt alles eines gewesen noch mehr dios sehr schön nächstes läuft es bei dir wieder zwei wie viele zwei ja für wenigstens ein mal Okay. oh 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 mein gott creeper fällt einfach neben mir gut dass wir es zugebaut haben aber da ist glaube ich noch gold, was oder vielleicht auch nicht oh scheiß mal was ist weg ah jetzt noch viel mehr gold ja ok die höhle ist riesig ah da bist du ja oder auch nicht mein wasser ist weg stell doch auf ich hab dir das damals gar nicht mehr gut ach du Sack naja wie viel gold hier auf einmal ist natürlich nicht schon kein Dias hinter noch mehr Dias also sehr schön ja wenigstens lag zum Bett hier wie viele mal gucken oh ne oder oh ne ist nur einer jetzt rollen also bin ich nicht ach ja aber wie viel hast du jetzt insgesamt oh die Plätze ich hab einen also haben wir 15 ja hm ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin du kannst ruhig strippen ja ich weiß noch mal wo wir äh ja keine Ahnung erst mal strippen strippen meinst du aber irgendwo anders oder werfen wir uns rein ja ja gut dann immer noch Richtung Westen ne hm da ist noch mehr gold ja ja wenigstens finde ich in der Höhle gold ich bin das 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 du das 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 ja wo bist du denn jetzt 500 255 weißt du was ich baue mich einfach in die richtung das war drauf warum hab ich jetzt hier so viel zeit vertrödel ok noch ein paar viele creeper ich wäre beinahe gestorben weil ich den geschrieben habe der creeper explodiert ist in mir noch anderthalb herzen leckt mich noch am arsch jetzt noch mal eine scheiß schlucht ich bin halt low oh god gleich baue ich mir einfach nur ein ehrlich wo ist es wo ist es also wo bist du jetzt nochmal äh 512 255 hm hm wer ist eh schon wieder eine scheiß Komm ey, ich strip mine jetzt einfach schalte. Die Folge ist schon gleich wieder rum. Und ich hab wieder nichts gefunden. Ja, das war's mit der Aufnahme. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und tschau. Ciao. 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 Ciao.